schritte klaus gehört 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 also nicht von hier aber schritte klaus kommt die tür geht auf tür geht auf bei mir auf der seite schau mal ganz verstehen wir müssen raus wir müssen raus hier die hand die tür gerade aufgemacht was soll ich sagen hat die linke seite links tot ist tot ich muss auch managieren und dann haben wir ab ich bin fast da und ich hatte mich gehittert egal die frage ist nur woran wählen erstmal weg hier erstmal weg man es könnte an schütze gewesen sein ja der war der kam aus der richtung denke ich auch ich bin so rippmann wir müssen hier weg ja ich habe ihn gut gedammt ja trotzdem hat er mich noch gut erwischt ich glaube meine platten ist das langsam hinüber oder die rennen hier rechts lang an den räumen oder von schließt schon das seit vor uns da wasserfass er sei ich doch einfach er wird geschossen die haben doch eine geile waffe die haben die tankstelle kaputt geschossen na los kommen die haben aber war also auf 110 jetzt vor uns ja ich weiß kommen wir nicht oder nicht wo wir die ficken wo es dann hin in den häusern ich bin nicht bei den häusern da rennt er in die stadt rein se steht da da müssen wir jetzt doch hinter der leute die leute sind da ist einer fehlten aus von drei da kommen wir hinterher setzen oder nicht weil die weil die johle jetzt los dann finden wir die sich in der vorne siehst du dir sagt sie haben keine waffen oder nur einer hier vorne er kommt entgegen gerannt er kommt entgegen gerannt die äh die kommen zu uns die kommt ein habe ich gehettet wo habe ich hingehämmt die junge alter ich komme bei dir auf der anderen seite ja und ich habe auf der wiese gewesen ich sehe nicht wo ist der wo ist der die sind hinter uns sind hinter uns jungs eine war was mit ihr ja aber der war schon tot wie scheint einer kommt von hinten wo von ihnen ja genau hinter unserem haus jetzt genau bei dir genau bei dir ich weiß nicht ob links oder rechts er ist links er ist links komm du links ich rechts oder das sind mehrere ja let's go 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 ich renne und du oder adrian wollen wir oder nicht wir müssen hier weg wir müssen weg die äh digger hier ist ein gas container wir müssen hier weg schon sowas von dem ja ja ich habe den erschossen ich habe schon erschossen ist tot weiter 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 die jagen uns ich verstehe auch nicht warum der umgefallen ist um jagen die uns ja 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 der hat geblut oder stand hier komisch hat geämmt ich habe sie noch mal gegeben aber ich habe ja irgendwie was man abbauen jetzt jungs haus kämpf oder nicht nein nein nicht kämpf nicht kämpf wir stellen uns hier hinter die mauer hinter die mauer hier hinter die mauer hier hinter die mauer hier ja hier oder ich habe das blut von ihm okay was hat er gehabt was zu essen was zu trinken ich habe den voll kaputt geschossen glaube ich er stand bei mir in der ecke so die kommen doch vom ding runter oder äh von der scheune ich würde gern eigentlich auf die schießen ja dann zu hier ich habe ja gesagt hier hinter die mauer hinter der church hier mocks hinter der church ist das spielmau oder was nein hier hinter die mauer stellen hier ist einer ich kann ihn nicht hätten ich kann ihn nicht hätten alter im roten haus scheiße bist du tot mann ich schieße ihn zweimal in die brust alter er fliegt nicht um und hittet mich dreimal es gibt es doch nicht aber blutspritze du hast ihn schon getroffen du hast ihn schon getroffen ja ich hatte ihn ja auch getroffen aber er ist nicht umgefallen alter junge 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 sieben sechs moni alter und er ist auf dass sie nicht hier hoch pushen mann alter ganze team als klaus machen aber klaus habe ich so aufgeschmissen wenn der mit der baumaschine kommt in nachkampf ich ziehe mal hier waffe von dir die ska rüber ja die sniper alter die sniper kriege irgendwie nicht ich glaube muss ich zerschneiden oder gut möglich ich krieg es dann er hat sie nicht in der hand lieber auf rücken ich nehme die gilly von dem typen hier drei kilometer er hat er trinken auch oh entschuldigung max er hat trinken max ich hab trinken für dich aber viel hat er nicht er hat er auf dich geschossen nein bohrmaschine dreimal auf kopf jetzt wie kann man nicht von der bohrmaschine ist das hart entschuldigung ich lache mein bruder aber das tut ein bisschen weh ja wo sind die anderen die uns gerade gejagt haben kommen die nicht oder was als hat mein account hier auch hunger alter hast du noch was zu essen adrian ich habe noch was zu essen ja ich glaube ich brauche gleich mal was ja wie max liegt ja wie von der bohrmaschine erschossen worden aber das ist echt kein ehrentod für dich max wir wollen hier fighten und dann sowas ich habe das gefühl ich muss morgen arbeiten ich habe keine lust zack einfach corona man oh man max du hast ja noch voll smack er da was los so wollen wir wollen wir fighten gehen oder was machen wir jetzt du machst du die sniper hier gezogen von ihm ich kann doch hier warten da sind gleich da achso ich meine bloß kriegst du die sniper gezogen von ihm hier ich krieg hier gar nichts ich kann morgen schon sein gar count äh chara ja ich habe nur die knarre gekriegt die scar ich konnte die knarre dann nimm mal einfach bohrmaschine in die hand und mach kaputt mach kaputt jetzt kriegst du alles ja ein fett equipter max gell ja ich kann die nicht nehmen ich habe schon zwei waffen ja wir können doch so ich kann auch drei waffen nehmen oder eine in die hand und so geht ja auch jetzt noch 2,3 kilometer weißt du wenn du hier eine reinpusht dann liegt es halt hier das ist halt scheiße du kannst schon gerne weiter fighten jetzt ne ich muss erstmal nachladen ich könnte mal ein bisschen weiter hast du den gekillt max der da stand ich habe ihm zweimal geschossen aber ich denke nicht dass es gereicht hat du kannst doch drück mal um die ecke geguckt oh scheiße ich entlade gerade ja warte drück mal pausetaste oder entlade was ist pausetaste oder was ist los pausetaste auf dem pc und der tastatur hast du ja warte doch mal jetzt ja hab ich das schon gemacht wie sie sind da in der gruppe das wissen pausetaste musst du drücken ach so pause pausetaste ist über bild hoch und runter da ist die pausetaste ja warte mach doch mal keine panik da ist die pausetaste ja und da bist du drauf ja hab ich nein ich drück mal play out tab rechts hab ich da steht play out kill wie viel hast du getötet ja eins ja dann hast du getötet ah ok der stand da voll dämlich rum ja ich hatte ihn ja zweimal gelaufen er hat auch geblutet ja aber er stand so er aimte so um die ecke also er guckte um die ecke aber aimte nicht um die ecke weißt du ich meine so also so dass man nicht halt dass man naja ist egal wollen wir mal rausgehen und gucken hast du jetzt eine sniper wenn du alles hast dann können wir losgehen ich hab mich von max nix genommen ja komm wir gucken mal wenigstens wo die sind was hab ich dir auch zugemacht aber zusammen bleiben am besten dann haben wir mehr chancen deswegen sind einer überlebt hast du den blauen gelootet voran bieler von mir ja ok ja ist ja hier vorne an dem komischen karmelhaus ok ja ich seh ich seh ich seh ich seh wollen wir pushen komm wir lass pushen ok max jetzt konzentration wir dürfen den loot nicht verlieren ich geh da rein wo er reingegangen ist wo ist dann oben ist tot nice 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 was hat denn der gehabt äh skadet ja wo war das nochmal auf pause taste muss man drücken ne kann man auch sehen wem man gekillt hat ah nein ne ja wo sieht man denn wem man gekillt hat check identity trickst du drauf ich hab hier kanko getötet wo muss ich drauf drücken da ist der spieler aufgelistet ja ne hast du ein messer dabei äh ne hab ich nicht ja was mit dir hä wo sehe ich denn jetzt hier seinen namen von dem typen musst auf den typen drauf den du getötet hast auf den typen drauf ja steht bloß player killit1 oder was man sagt du musst den typen der auf dem boden liegt den du erschossen hast ach so mein zu ok also wie check puls damals etc okay 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 ich dachte man kann es in der statistik sehen was ich meine aber jetzt kann man nicht hier noch mal gucken müssen auch schneiden die knarre die er in der hand hatte oder was hat die sko aber der maschinen zünder aber ich nehme das akku weg man das mache ich mal kurz das zieh ich mir weg möchte es jetzt hier drauf wenn ich meine wappe es stimmt dann aber irgendwas anders herr ist meine die hat nicht mal hey warte mal dass das ist gar nicht so lust das weil ich adrian also ich bin so lust das ding dass ich noch lebe hier noch mal türen close was jetzt alle macht die schön wieder zu na komm rein hier achten was da draußen liegt ja bei dir ich habe eine zange aufgehoben kriegt man das was hat etwas ich sehe nichts alles ins haus reingepackt warte mal dass man nach draußen gehen vielleicht draußen das ist so typisch ach man alter jetzt jetzt rast ich gleich aus jetzt bist du ich werde erschossen alter sport oder was ich war 200 meter davor ich komme dass wir dahin gehen 200 meter ich habe den schuss nicht gehört ich habe aber wir haben den schuss gehört hast du gehört als geknallt hat und er dann losgebrüht hat wo muss denn hier ja los ich mache alles zu wie oben oder was oder wo warst du ja ich war oben und habe den typen blutet wie wie können die da schießen auf dich ja weil ich auf dem dach stand hatte auf dem dach das war dasselbe kaliber gerade eben wie bei naja das war dasselbe das hat auch mal dann auf meine lattenweste geschossen ja komm lass gehen oder da hast du mein leben gesehen ach so und dann komm und fress was ein oder er kommt gleich hier aber komm mal rein ins haus und schäde dich mal hier oben ja ich schäme mich da nicht im haus diga ach stimmt wir haben schlechte erfahrung mit campen ne höchst recht prob ich nicht oha das war wieder von uns diga renn mal kurz komm lass mal hier stehen wir hier hier nicht rennt das war eine mosin wieder oder von von fucking wo alter da da damit noch wenn ich erwischt also du hast ihn erwischt es hat gespritzt aber ich gehe mal nach rechts weiter der ist jetzt an unserem haus oder ja ja also boden wo hinter der davor ja ja fack 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 jetzt hier für mich warte noch nicht wo ist er im haus wahrscheinlich geh ins haus komm Busch der ist im haus komm der hat er stocket wo ist er da drin nein ist er abgehauen scheiße hä wo sollen die hin abhauen hier unten raus diga hä der war doch so gehittet man der liegt ja bestimmt irgendwo auf der wiese alter der ist tot der ist dead wo ist er wo ist er wo ist er wo ist er naja auf jeden fall ist er dead der war tot der konnte doch nicht abgauern oh fuck ich krieg schütze oh fuck ich bin gehittet hast du was gesehen ne diga irgendwo von dem haus dahinten wieder flute ich muss mich panagieren ich geh mal in das grüne ja oh man ey warum bin ich da stehen geblieben oh schau mal ob dir nachsetzt dir ich muss mich verbinden dreckskacke hier ey warum bin ich da stehen geblieben wir haben den zu looten weil du gierig bist ja geier na kennst du doch guck mal ob ich den von woanders kriege ja mach mal das war aber kein dollerschuss hast du nicht gesehen wo irgendwo von den drei hausern dahinten wo kann ich den grün hier raus ne äh scheiße ich geh mal wieder ins b hier rein und guck mal ob ich da was sehen kann mach dich zu ach hier kann man auch nicht rausgucken das ist ja ein Irgernis die muss ja bei diesen braunen blockbäunen häuser gestanden haben irgendwo so auf 290 auf dich ja er hat ja andere war doch klaus hier dran oder also ja von weiss er wurde von euch auf euch bleibt hier oben wo ich bin der ist glaube ich hier in der der ist egal wir haben halt einen close noch aber ich weiß nicht wo der ist hast du den jetzt umrundet du bist voll close bei dem gleich ne adrian ja aber ich sehe dich nicht rennen wir ein bisschen weiter wir mussten jeden muss bei dem braunen mal bitte was ich muss mir fressen um healing zu werden obwohl wir du bist ja noch schlimmer dran ist es dauern nice alter ich habe das blutspritzen sehen der lag wirklich da bei dem braunen haus ist kommen wir jetzt können wir looten oder wehe mich jetzt wieder ein arbeiter essen dicker essen wir brauchen essen warum alles ich gönne mir jetzt einfach alles ich gönne mir sogar einen bohrer damit ich in nahkampf was machen kann ist daher wollen wir die haben jungs da ja ein angebot nicht redet und nicht einfach mehr spieler hier hier drüben war auch einer hier rechts ja genau pass auf ich glaube war bambi ja bambi ja gleich killen ja ist hoch gerannt er rennt hoch ist dann noch eine knarre gewesen nein wo ist denn das auf 200 oder was die schüsse ich komme hier nicht mehr das dach hoch ich renne mal hier vor zu dem typen wo ist denn der auf 200 hier vorne bei den obstplantagen denke ich mal ich komme hin warte auf mich kommen das checken gehen oder ich hätte mir die dose peaches noch essen sollen mein leben zu haben ja du bist so lila das so auffällig mit dir digga da muss irgendwo sein hier vielleicht der hier in der scheune vielleicht da rennen ok da haben wir das ne sieht nicht so aus dann mach's wieder zurück wir müssen auf max von das auch kletter ok der hier oben wo ich bin da ist irgendwo ein sniper ja pass auf ey komm einfach mal lebend an ja ist doch gut dann haben wir die schon mal geholt die hier vorne da rumkrankt der wo mich getötet hat der wo hier oben ist gehst du hier aufs dach oder was ich erst mal kurz peaches hier peaches peaches ja läuft doch so jetzt muss ich mal gucken ob sich die statistik verändert hat wieder was war das ähm pause ne ah pause äh power pause ja stimmt steht zwei hm und sieht man insgesamt wie viel man gekehrt hat auf dem server ja auf discord wenn du ausrufe zeichen äh und dann also das ist immer nur die aktuelle session quasi ja ok aber wenn ich mich ausloggen wieder einloggen und mit dem charakter noch lebe dann ist sie noch gleich naja ah ok das ist ja nice das gefällt mir ja der ist schon cool der server mit so einen statistiken war ich hab den ja oben gelootet deswegen muss ich von uns aufs dach klettern und hat der was zu fressen dabei ja mann die cola ist ruiniert äh das ist ja schade die karten der ab kompakt ab 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 dein leicht liegt in dem anderen gebäude ich dachte ich habe meine waffen hey warum bohrt er jetzt nicht da rein in die dose alter ist ja voll geil ich hab die ich hab die ich hab die ich hab die schweiß ich hab hatte ich schmeiß ab hier ist gedroppt mit meck gönnung wenn wir nur kurz kleid hier mosin ist noch ein vier muniz an hast du den gelootet den da hinten gekillt hast bei dem braunen haus ja ja ich geh den luten da hatte noch ein dings cup eine mosium in die leute links schon mal angeschossen ich bleib mal kurz nach und so ne ja 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 einmal auf die hose und einmal auf die hand getroffen obwohl die maske hat auch ein hit gekriegt aber der helm ist noch ganz bist du adrian oder was geht da ich hab doch keine gescheiterte waffen weiß ich doch nicht von wo kommt das 25 oder das ich habe mich erschreckt hier so steps alter das war max junger sagt du bist du hin in den schüssen na ja ich komm mit oder sag doch mal was die alleingänge ich dachte du bist so ich sag dir obst plantage ist entfernte als obflantage ja liegt er hier auf dem feld er kennt niemand der muss irgendwo sein auf dem fußballfeld hier vielleicht nein der liegt hier irgendwo nee nee war da vorne schon obst plantage glaube ich nicht ich den fußballfeld denke ich mal der schuss war gerade eben so nah vielleicht das hälfte ist hier links am fußballfeld das muss fußballfeld sein worauf schießt der vor allen dingen ist die frage wo ist der vielleicht ging die schütze einfach so nah und erst ein bisschen weiter weg never komm lass zusammen rennen los aufs fußballfeld ich bin schon drüber jetzt kann er das war dahinten ich renne mal nach links so zum bahnhof ich bin jetzt bei ich bin jetzt bei dieser imbissbude beim bahnhof ich kann schwören das war fußballfeld man nee nee das war schon dahinter schien meinst du hier oder was ja wo ich bin ja du bist ja hier bei mir ich seh dich ja 70 meter entfernt also bieter und noch 70 meter entfernt nee der ist 200 meter achso ja der ist oben am berg komm lass mal näher rangehen ja ich guck ob ich ihn vielleicht hier oben sehe und wir sind an ihm vorbeigelaufen weißt vor allem wo hat er darauf geschossen es war doch voll bait oder aber die schüsse habe ich auf der anderen seite genauso gehört und es war dieselbe waffe ne meinst du das verbuggt oder was weiß nicht ja glaube ich nicht ne ich glaube es auch nicht aber warum schießt er jetzt auf einmal nicht mehr das ist was wir haben jetzt viel näher dran der ist viel näher wo 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 da stand hier aber das hat sich hier angehört als wäre der vielleicht höchstens 100 meter von mir entfernt der war ganz schön der hat eine plastenweste markenlos digga und ein m4 mit 40er meg und so genau ja aber worauf hat er geschossen der spieler vielleicht auch hier ist noch eine m14 wenn jemand spielen wird ich hab schon ich hab noch eine digga ich bin zufrieden mit meiner hier ist noch ein 40er meg und ein m4 ja das nehme ich ich nehme auf jeden fall ein meg nochmal alter ich will bloß nicht looten wenn du loots kannst du das einpacken hast du platz oder ok wenn ich das gleich wieder einer rang an gerannt kommt das hatte ich davor und schon alter das kotzt mich immer mega an er da hat dabei am augen schloss alter er stand einfach nur da und hat geballert oder was und mit hieß der typ alter irgendwo nach da oben hat er geschossen wo stand er denn hier ja ich nehme jetzt mal die m4 dann gehen wir uns hat die waffe ist okay warum krieg die waffe nicht rausgezogen die er da drin hat die dm 14 ist ein schönes namen gewerben m4 a1 habe ich in 14 hat er aufm rücken auch schon schütteln über uns aus dem wald da wo ich war das ist ein großkaliber das ist ein fucking barrette es ist das finde hast du die black carry hast du getauscht oder was meinst du der hat mich gesehen wie ich hier reingerannt bin weil dann würde ich durch snipe kurz mein leben so ich habe jetzt drei waffen jungen mit ihm gut nicht guckt ob die spieler sind ja hier ist hier und ich wurde schon angeschlossen ja achtung gucken nicht so offensiv ich bin ja in dieser rich mann die müssen über die wiese rennen wenn sie herkommen wollen kommen dass man einfach zurückziehen oder weil hier sind wir echt offen kommen dass man verpissen ich habe jetzt drei waffen eigentlich müssen was sind ein scheiß lager packen adrian sonst kommen wir nicht weiter was gehört ja da wird ja im freiten an das muss scheißegal ja ich mein bloß man verlierstelle ich mit drei waffen hier die mauer ist perfekt man hier kommen jetzt was gucken da steht er da oben ich sehe den doch da steht sie mit den zaun da oben ja genau ich sehen auch er muss gerade er muss kommen das mal zusammen schießen alle drei gleichzeitig aber bessere chance jetzt schießt er mal an ob du schießt doch schon wieder nein nein er ist in der tanne warte oh fuck fuck schüss auf uns schüss auf uns ja ja wir müssen weg er hat einen hit von wo haben die geschossen er steht in der tanne drin dann schießt nochmal auf den dart die haben von süden geschossen ich glaube er hat posy gewechselt 180 also hinter uns von dem wald ja ich komme mal in die halle bei dir max ich habe der posy gewechselt ich sehe ihn nicht mehr er stand in der tanne drin komm rein boah jetzt hätte er eigentlich ah ich sehe ihn er läuft weiter pass auf der anderen seite sind auch spieler nicht dass sie dich ficken hast du gesehen boden sag mal eine gradzeit ich habe mich da waren 125 das war aber nicht er das war nicht er jetzt habe ich ihn verloren wie war jetzt die gradzeit von dir max ich werde ihn gerne ich habe ihn verloren ich habe ihn nicht mehr gesehen wo ich hab ich jetzt hab ne mosen ah das war ja das adrian hat die mose oh ich mutter schon ziemlich weit rechts ich denke der ist schon 15 oder so wohin schießt du adrian auf den spieler da liegt 15 glaubst du ja ja wo denn scheiße offen fällt oben aber die schüsse waren doch grad nahe die dich gekillt haben oder ich bin tot komm lass mal aufpassen dass sie uns nicht pushen hier ne ich denke wir sind ja heute mit euch chaos alter ja wie in alten zeiten weißt du doch kannst du doch ne ich kann das anders gut ich bin raus mach's gut ciao 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 later adrian wollen wir nicht den killen der adrian gekillt hat ja ich schaue ja gerade aber ich glaube der ist hinter dem deck also ich sehe ihn nicht ist recht die schüsse waren doch aber nicht davon da oder ich habe keine ahnung er hat ja keine gradzeile gesagt gar nichts doch ich habe den spieler gesehen auf 5 ungefähr oder auf 10 ungefähr ein bisschen tick also nicht gleich am am rand von dem wald sondern ein bisschen weiter hinten wir sehen da laufen immer noch so ungefähr auf 10 genau schritte close gehört nichts gehört ich kann spüren also nicht von hier mal schritte close kommt die tür geht auf die tür geht auf bei mir auf der seite schau mal kannst du was sehen ne ich sehe nicht wir müssen raus pushen wir müssen raus hier die fehlt da niemanden ja die haben die tür gerade aufgemacht digga was soll ich sagen hat hit hat hit linke seite links ist tot ist tot komm rein ich muss ja ich muss auch panagieren und dann haben wir ab weil berg schießt immer noch auf uns 2 blutungen komm 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 ich bin fast down oder ich auch ich auch ich bin auch wie hat er mich gehitter diggaard shoot ja die frage ist nur wo rennen wir hin erstmal weg hier erstmal weg man das könnte der adrians schütze gewesen sein ja der kam aus der richtung denke ich auch ich bin so ripped man wir müssen hier weg ja ich habe ihn gut gedammt ja trotzdem hat er mich noch gut erwischt ich glaube meine platten das ist langsam hinüber mal gucken ob ich nochmal ich musste dreimal verbinden digga dreimal ja guck mal mein kreuz an also roter geht nicht kommt das ab und ich kann auch kaum noch laufen ich weiß nicht welche richtung hin irgendwo ein container ja腿 an andrew oh ja Untertitelung des ZDF, 2020